Herzlich Willkommen zurück liebe Leute bei Riptide GP2, weiter geht's hier. Nachdem wir ja beim letzten Level 14, 3 Viertel sogar insgesamt geworden sind und das Moped wieder aufgedöselt haben auf bisher das Maximum, schauen wir jetzt einfach mal was wir hier noch so machen können. Hier haben wir auch nochmal was, was war denn das nochmal? Achja, der Jump und das Rennen. Ja gut, das lassen wir uns mal. Gehen wir gleich direkt hier mal einfach mal spaßeshalber nochmal hier hin. Freestyle, genau das Rennen Figure 8, nochmal Freestyle. Ja, versuchen wir einfach das hier mal nochmal, die Hot Lab hier, oder? Ja komm, probieren wir einfach mal nochmal. Probieren wir uns mal mit dem neuen Setup hier, wie das hier aussieht. Ob wir das diesmal besser hinkriegen. Unter 58 Sekunden. So, ab geht's hier. Da mal gucken, was hier jetzt so abgeht und was nicht. Okay, das war schon mal scheiße. Nochmal, fuck. Dieser Scheiß, äh, dieses Scheiß-Boje, oder was das Ding da darstellen soll. Irgendwie was Hightech-Technisches. Äh, Hightech-Technisch. Ist ja hier, na egal. Ihr wisst, was ich meine. Äh, genau, so. Bösser ist mal lieber da dran vorbei. Machen wir gleich wieder den Boost an. Ja, das war jetzt weniger optimal, aber egal. Das geht noch halbwegs, würde ich meinen. So. Mal schauen, ob wir das jetzt hier alles hinkriegen. Äh, so. Boah, das war klapp. Das war klapp. Alter Verwalter. Gut. Das sieht gut aus, ne? Würde ich meinen. Ja. Nice. Huh. Unter 58. Perfekt. Drei Sterne. Gut. Hat sich das Ding hier jetzt auch erledigt. 15.000 wieder oben drauf. Bisschen EP. Sehr schön. Gut. Was war jetzt, dass hier noch das Rennen kommt? Das machen wir jetzt auch noch auf drei Sterne. Das machen wir auch noch. Drei Sterne müssen her. Und dann gucken, was als nächstes ist. Wenn es klappt, natürlich jetzt hier von vorne rein. Naja, das wollte ich jetzt halt gar nicht. Ich habe eigentlich zweimal nach oben gedrückt. Wollt er nicht. Gut, dann nicht. So. Ach ja, das war ja das hier. Stimmt ja. Na gut. Können wir gleich nochmal. Scheiße. Ich muss ja echt die Jumps bessere kriegen. Jetzt sind wir jetzt da nur Boosts vor der, ähm, na, vor dem Jump. Machen wir das so. So. Genau, schon besser. Jetzt habe ich natürlich dann hier keinen mehr. Weil der Boosts vielleicht doch mal durchgezählt hat. Naja, dann machen wir es halt so. Oh Gott. Geht doch. So, dann nehmen wir den auch gleich nochmal. Ach, scheiße. Den habt wir ja auch schon. Shit. Ne. Der hat nochmal Boosts gehabt. Fuck. Äh. Das wird nichts. Das wird nichts. Glaube ich. So, das muss ich hoffen. Hat der W6 nur überholt? Ja, ne? Fuck. Alter. 0, 2 und 1, 0. Alter. Oh, naja. So nicht. Gut, dann lassen wir das doch erstmal noch weg. Elimination. Ja, komm. Einmal noch Elimination. Mal schauen, ob es da für dich besser klappt. Wir wollen ja eh noch ein bisschen Kohle. EP genauso. Daher sollte das passen. So. So. Genau. Das ist sogar gar nicht mal so schlecht. Oh, scheiße. Alter. Gut. Gut. Ja, schon mal wieder gut Vorsprung. Vielleicht gerade jetzt nochmal. Jupp. So, wie viel müssen noch weg? Noch drei. Alles klar. Sehr schön. Wirklich wieder der Nächste. So. Ja, nice. Na, würde ich meinen, reicht. Geil. Oster. Passt. Gut. Das Ding hat sich erledigt. 22.000 on top. Und level up. Bam. Die letzte Stufe. Wo wir hier Skill Points vergeben können. Mal schauen. Da war es jetzt vier. Okay, alles klar. Dann nehmen wir die zwei auch auf. Ähm. Jo, 73.100. Reicht noch nicht mal für einen Upgrade. Freestyle 9. Gut, das passt. Galaxy Cup. Gut. Rennen. Alles klar. Los geht's. Zwei Runden für 35.000. Klingt gut. Würde ich gerne mitnehmen. Mal schauen. Im Galaxy Cup hier. Auch nur zwei Runden. Naja. Kann nur schlecht werden. Ach, das ist gleich wie beim letzten Mal nur andersrum, ne? Okay, weder war das jetzt so luck. Oder? Ich hab keine Ahnung. Also theoretisch war ich jetzt gerade ja voll mit dem Kopf auf dem Baum. Hm. Kein Plan. Mal schauen, wie sie das Ganze hier noch gibt. So, mal immer Busje ansetzen. Oh, scheiße. So, jetzt geht. Gut, da nicht. Ach ja, das war ja die Schreck hier, ne? Die hatten wir ja auch schon mal. Gott. Das war jetzt schon mal die erste Runde. Alles klar. So. Alles andere, warum ist es gerade zu gefährlich? Muss ja nicht wieder sein, dass wir wieder auf dem Kopf landen, Digga. Irgendwann hat mir den Fahrer hier noch einen Dachschaden. Die Kurve fahren wir jetzt mal noch normal ohne Boost. Genau, los geht's. So, ich würde meinen, das schaut ganz gut aus. Das schaut gut aus, das schaut gut aus. Na, scheiße. Das würde ich jetzt eigentlich gar nicht machen. Egal. So, passt. Gut, die Kurve hier noch normal. Und dann ab durchs Ziel, fertig, zack, bumm. Oster mit Mords dem Vorsprung. Geil. Geil, geil, geil. Das haben wir auch. 35.000. Bam. Tja, drei Sterne, ich kenne es mehr. Freestyle, nope. Hot Lab. 59 Sekunden, alles klar. Ja, mal schauen, ne. Ob das gleich was wird. 59 Sekunden darunter müssen wir sein. So. Äh, okay. Das ist ja gar nicht mal so verkehrt. Gut. Hier rum. Äh. Gott. Dann fahren wir halt so halt. Was soll's. Schatz haben wir ja verpasst. Naja. Ne, das wird nix. Das wird nix. 59, eine Minute. Ne. Eine Sekunde drüber. Boah. Wo könnte ich dir da über eine Sekunde einsparen? Hm. Ne. Oh, das ist auch später. Rennen wieder. Sehr schön, immer das. Wieder zwei Rundchen. So. Und aus. Also, das ist halbwegs die Strecken rückwärts, ne? Ja. Sind sie auch. Na ja, klar. Äh. Ne, doch nicht rückwärts. Hä? Ach, keine Ahnung. Ach, das Ding hier wieder. Okay. Äh. Ne, das... Hä? Das ist immer noch die gleiche Strecke. Nur halt in der Nacht. So ist das. Ah, ah, ah. Das ist der Unterschied. Deswegen heißt das Ding auch mit. Nein, gut. Das gibt Sinn, ne? Ähm. Ja, gut. Dann halt in der Nacht. So. Da lang. Hier lang. Na, die Welle war jetzt grad scheiße. Haben wir voll viel Speed weggenommen. So. Ja. Ja, passt, ne? Bisher. Aussicht, klar, ist gleich wieder hier der Gegner. Nein, diesmal nicht. Perfekt. Nice. Auch erster. Guuuut. Läuft. Aber die Rennen ist mittlerweile echt gut. Noch. Ja, das haben wir. Elimination. Ah, der hat hier nur zwei Sterne. Stimmt, ja? Hä? Probieren wir grad nochmal mit dem neuen Upgrade. Settings und so weiter. So, dann mach ich noch ein zweiter. Gott. Na. Scheiße. Die Linkskurve hier. Voll vergessen. So, passt. Alter, du blöder Penner. So, das noch einmal. Genau, dann machen wir jetzt beim nächsten Mal hier die anderen Dinger. Gut. Äh, was hatte ich irgendwie jetzt noch nicht, das hier, ne? So, es war hier, aber es war noch normal. Weil ich kein Bock hab auf den Mega-Jump. Genau, schon besser. So. Zack. Wunderbar. Wir müssen jetzt eigentlich noch weg. Jetzt noch einer. Okay. Dann hebe ich wieder, klapp mal den Boost hier auf. So, den nehmen wir jetzt mit Absicht nicht. Und Vollstoff. Nice. Geht doch. Das passt. Das passt. Erst da. Drei Sterne. Wieder ein Haufen Kohle. Jupp. Genau. Und die EP natürlich noch. Was haben wir jetzt hier? Freestyle. Nein. Hotlab. 54 Sekunden. Ach, das rennt noch. Das rennt noch. Glacial Meltdown. Zwei Runden. Äh. Jo. Schauen wir mal. Ach, das wieder auf den Blei. Sollte ja gut gehen. Na. Na, sowohl dazu. Fällt schon geil an. Und los hier. Alter, was der U-Ko jagt. Der nutzt jetzt auch alle Boost, okay? So. So, jetzt mein Auge dranhauen hier. Das war jetzt knapp. Dass ich genau so hingeflogen bin, dass ich einigermaßen mitfahren kann. Gut. Noch eine Runde. Shit. 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 Das war jetzt der Scheiße geteilt, der Boost. Der ist schon so ein elendiger Vorsprung. Naja. No way so fun, ne? Und wie heißt es? Boah, fuck. Voll reingedonnert. Oh, Rudi, wir haben es auf null passt. Scheiße. Ja. Boah, sogar noch Futter. Scheiße. Haa. Oh Mann. Mist. Hm, Mist, der Futter. Was haben wir denn jetzt hier noch? Ultimate Cup ist auch frei. Schauen wir einfach mal rein. Freestyle Rennen, 45.000 Jauer. Okay, da fällt mir das dann schon einstirn. Komm, probieren wir mal das Rennen. Ah, hier wieder. Geil. Ja, einmal da drinnen. Mal gucken. Einstirn noch für die nächste Strecke dann. Zum Freischalten. Tja, also reicht es ja eigentlich, wenn ich hier jetzt da als dritter Rücksziel gehe. So, Penner. Ach, nö. Das soll wieder klappen. Okay. Naja. Hä? Mann, was soll denn das? Letzte Runde, komm schon. Hä? Komisch. Jetzt macht er die Moose nicht mehr. Hä, hä, hä. Oh, ja, es ist off. Ah, der hat auch nur einen Buß gehabt. Nein. Geil. Alter. Boah. War das knapp. Aber egal. Öster, ne? Geil. 45.000 Preisgeld. Bam. Nice. 266.000. Da können wir bald hier das teuerste Moped holen. Elimination kommen die nehmen wir noch mit. Die Eliminierung hier. Mal gucken. Hier nochmal Öster wäre natürlich nochmal. Nice. Na ja, haben wir schon. Elimination. Gott. Da hat es einen sogar zersäckelt hier. Na scheiße. Den hatte ich halt schon ein paar Mal. Hm. Egal. Na ja, das hier wieder. Wo es mich hier überall hin drückt. Nur nicht auf der Strecke. Oh, hört doch jetzt auf. Hallo. Da sind doch gar keine Wellen mehr. Oh. Äh, lol WTF. WTF. Was war denn das jetzt? Ah. Ah. Scheiße. So. Jetzt. was war. Mann, 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 Mann. Mann, Mann. Mann, 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 Oh, Mann, Oh, Mann, Oh, Mann. Es geht doch. Mann, Mann,. So, wir müssen noch raus, jetzt noch drei, okay. Hä? So. Ja, ja, ist ja schön. Jetzt ist nur noch einer und ich sehe den nicht mal mehr auf der Minimap. Also, wenn ich jetzt hier keine Scheiße baue, ist das Ding auch geschafft. Ne, das ist die Bars. Das passt. Nice. 45.000 wieder on top. Geil. Geil, 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 geil. Boah, und kurz vor Level Up. Naja. Was haben wir denn noch hier? Race hätten wir noch. Noch ein Race. Noch mal eine Hot Lab. Okay. Mhm. Das ist noch gesperrt. Ah, wenn wir das hier dann schaffen würden mit über 2.000, gibt es noch mal eine Trophy. So, Elmination und Race. Genau, da fällt ja echt noch das hier, ne? Ja, 150. Okay. Wir haben jetzt auch 281. Moment, guck mal. Glaub wir da. Grab mal nochmal kurz hier. So, jetzt ganz nach rechts. Genau, 375. Der hätte ein bisschen weniger Handling. Dafür Acceleration Maximum, Boost Maximum und Topspeed fast. Hm. Ich glaube, ich würde dann eher dafür den dann tendieren, wobei das eigentlich fast schon zu krass ist. Doch. Vor Handling. Ja. Der hier wird es schlussendlich werden. Der Switchblade. Und der 135er Index. Hier der hat 137, ne? Aber ein schlechteres Boost. Der ist auch nicht so schlecht. Shockwave. Den könnt ihr natürlich jetzt schon holen. Ah, ne. Holen wir dann. Sparen wir auf den hier. Auf den Switchblade. Und, ja. Das würde ich mal einmachen dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Wünsche euch. Wartenev. Vielen Dank. Soweit fürs Zuschauen. Haut rein. Servus. Und ciao.